Hast du schon gehört? Was ist mit Rapper Haftbefehl los? In einem Video gibt Haftbefehl bekannt, dass sein neues Album ready ist. Produziert von dem 16-jährigen Producer Flawless. Flawless. Das andere ist fertig mit Flawless geworden, Alter. Doch Baba Haft sieht dabei alles andere als gesund aus. Einige Kilos mehr als gewohnt, aufgedunsenes Gesicht und mit der Nase scheint auch nicht alles in Ordnung zu sein. Flawless kommt zu Frischland Frankfurt und ladet Degener Haftbefehl. Oh, er verdient so viel Kuhle jetzt. Na, man kann's ja noch nicht glauben. Ah, ich bin immer 20.000, ah. Ah, ah, ah. Erst vor kurzem hat auch seine Frau im Fernsehen bekannt gegeben, dass privat scheinbar nicht alles rund läuft. Kann's auch mal sein, dass er abends geht dann, wenn er die Kinder schlafen gelegt hat. Und 1, 2, 3, 4 Tage später wieder kommt. Wann Haftbefehl sein neues Album droppen wird, hat er bisher nicht verraten. Soweit es neue Informationen zu dem Thema gibt, hörst du's zuerst bei uns. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.